. Sie werden noch erheb, hoIm Gederland, singest du auch, ho im Gederberg und von der Land. Sie werden noch erheb, ho im Gederland, singest du auch, ho im Gederberg und von der Land. Thank you very much indeed. A marvellous reception for a marvellous fellow. On behalf of the Arsenal directors, players and staff, may I welcome you all to the Emirates Stadium and I do thank you for coming. It's good to see so many friendly faces here. Today's event celebrates a hugely influential player in the history of the club. I have the honour to be unveiling the statue which commemorates this great player who contributed so much to the club during one of its most successful periods. He treated Arsenal fans as some of the most exciting football ever seen in this country. He is an iconic figure and a player who is always the ultimate professional and undoubtedly a role model to others fortunately enough to share the dressing room with him. Arsenal is very proud that this statue will be on display outside Emirates Stadium as a lasting memento of the great contribution he has made. It's great to think it will be here for his children and his grandchildren. It will give Arsenal supporters and visitors to the stadium an opportunity to remember this legend and they pay their own tribute to him and pay their own tippies to him. The statue immortalises a true fan's favourite and celebrates the wonderful contribution of a simply unique footballer whose skill and ability were an absolute joy to be held. We'll play our national cheer for the club and the fans. We'll play our national anthem. . I was about to say he was a legend, but I think he was explaining that to him. During the 11 years that he played, it was an integral part in Ulster winning seven major honours, including the magnificent achievement of completing the 2003-04 Premier League season unbeaten. Football fans were treated to his outstanding performances and truly world-class goals during his Arsenal career. And his name is still sung regularly by Arsenal fans as witnesses this morning, and I'm sure it will be for many more years to come. It therefore gives me tremendous pleasure and personal pride in unveiling the statue of Dennis. Dennis joined Arsenal from Inter Milan in June 1995, and as I was saying to him earlier, it seemed like yesterday, you wonder where those years have gone. He went on to make 423 appearances, scoring 120 goals. He treated us to many fantastic moments, and this statue illustrates the exceptional quality that he regularly displayed on a football pitch. During his Arsenal career, Dennis won the following honours. Three Premier League championships, four FA Cups, three Community Shields, the PFA and the Football Writers Association Player of the Year in 1998. The Premier League, the Premier League, the Premier League, the Premier League goals of the season on two occasions, and it should have been far more. We are delighted that Dennis and his eldest daughter, Henmita, his family and close friends are able to join us today as guests of the club. Dennis is currently assistant manager with Ajax in Amsterdam, so we really appreciate him taking time away from his commitments with Ajax. Modious – « roar, shout him up, shout him up, shout him up, shout him up! Doctoratus and globy rot» der Klub, die Direktors, die Spieler und die Staff sind. Aber all die Leute aus dem Klub so wichtig sind. Dennis, danke für die Tremendous Unterstützung. Danke. Danke. Danke, Mr Fryer. Ich kenne ihn noch immer, Mr Fryer, denn er ist ein Gentleman der Klub, ich glaube. Er ist eine fantastische Person, und er ist dort all meine Arsenal-Karriere. Danke für diese Worte. Danke. 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 bis Sie hier kommen, sehen Sie hier, sehen Sie die Statue, sehen Sie die Familie. Es ist fantastisch, es macht Sie sich herausfinden, wie viele Kudgears wir hier hatten. Und wie groß das Klub hat sich über die letzten 15-20 Jahre geworden, glaube ich. Ich bin einfach froh, dass ich eine Rolle spielen habe. Ich denke, Sie sehen mich alle als ein Team-Spieler, ich denke, ich habe immer alle die Qualitätsspieler in meinem Team gearbeitet. Deshalb ist es nur eine Statue von mir, aber ich glaube, es ist Teil der gesamte Team, die ich involviert habe, und das macht mich, so zu sprechen. Und wenn man das Team denkt, es ist nicht nur die Spieler, die Qualitätsspieler, sondern es ist der fantastische Manager, glaube ich. Es ist die Team-Spieler. Es ist die Team-Spieler. Ich möchte sagen, Vicky Akers. Wir sind sehr close über die Jahre, durch die Reise zu gehen. Sie müssen mich glücklich, dass ich bin. Ich bin sehr glücklich, aber ich bin sehr glücklich. Ein Teil von der Team, die ich über Interessiert habe, ist natürlich der Club, die Mitglieder, die Mitglieder, wie Mr. Freie, die Board, und alle, die es ein größer Club macht. Ich möchte auch, meine Freunde und Familie zu sagen, Das ist der Moment, die Thierry mich überrascht hat. Sie haben da all mein Leben, von der Start, von der Beginn, in meiner Karriere. Danke, Henritsa, meine Wife. Wir haben diese Reise zusammen gemacht, so zu sprechen. Für schöne Kinder, alle geboren in England. Das ist der Grund, warum es eine fantastische Zeit ist. Ich denke, ich hatte eine sehr, sehr gute Beziehung mit den Fans. Sie waren sehr patient mit mir. Die ersten sechs, sieben Kamen aus meiner Karriere waren. Viele Leute sprachen über das. Ist er gut? Ist er nicht gut? Kann er es? Kann er es nicht tun? Wir hatten einige Kommentare von anderen Klubs in London. Ich denke, wir haben sie alle falsch gemacht. Wir sind jetzt wo wir sind. Es geht um die Fans, weil wir glauben in die Team haben. Wir glauben in mich und das ist wie es endet. Diese schöne Statue ist. Ich möchte euch alle bedanken für das. Ihr unterstützt mich. Ich bin froh, dass ich ein Teil von diesem schönen Klub bin. Danke. Danke. hoped jetzt Ladies and gentlemen, may I thank you all most sincerely for the contribution you've all made today. It's certainly made the day for Dennis, I know, and for his family, and us too. So thank you all very much indeed, and that now concludes the formal part of the business. Thank you again. Thank you.